halli hallo ist das bild richtig hallo zusammen herzlich willkommen ein neues video ich glaube das ist die längste pause innerhalb meiner ganzen youtube laufbahn die jemals gemacht habe ich finde das selber ganz krass und weiß gar nicht was ich sagen weil ich bin zurück ich hoffe ihr seid alle noch da und auf youtube aktiv es hat sich viel getan und viele von euch oder einige von euch sind ja auch auf instagram aktiv und schreiben mir und dann wollte ich noch mal sagen hallo vielen dank dass ihr mich auf dieser reise begleitet ja es war wohl nötig dass ich hier so eine kleine youtube pause mache also pause im sinne von das lange video was das lange video es heißt ja lang form video also das lange video auf youtube war jetzt lange zeit nicht mehr da sondern immer nur so diese kurz videos diese shorts wenn ihr wisst was ich meine ich habe versucht den kanal über die shorts noch ein bisschen zu befüllen sind videos die ich ja auf instagram hochlade und die auf meinen kanal hier auf youtube auch gut passen ich versuche mich jetzt ein bisschen zu erklären was ich so die letzte zeit getrieben habe und warum es hier so still still war ich hoffe ihr seid da und hört mir zu was ist passiert also erst mal gab es ja so eine krasse entwicklung hier auf youtube und instagram und tick tock ich weiß nicht diese kurz videos schießen ja durch die decke und das heißt überall nur noch kurz videos kurz wie es kurz videos und natürlich muss ich auch meine zeit richtig einsetzen hatten einen super schönen sommer wo ich eben viel weniger zeit hatte um videos zu drehen mein großer war zu hause er hatte seinen letzten tag in der kita okay bevor wir damit anfangen muss ich mal ganz kurz sagen noch mal ganz kurz zu instagram und co es hat sich viel getan und ich versuche natürlich die balance zu finden zwischen kurz videos die auch eine gewisse zeit beanspruchen und lange videos zu haben nicht so ganz geklappt mit den langen videos deswegen habe ich jetzt erstmal eine pause eingelegt und ich hoffe ihr seid mir nicht böse und ich werde jetzt ab sofort kontinuierlich auf jeden fall mindestens einmal die woche ein video hochladen und werde mich dahinter klemmen und stemmen steht nämlich super viel wieder an beide kinder sind gut untergebracht die sommerferien sind vorbei heute wir haben eine wunderschöne einschulung hinter uns all meine sorgen die ich in all den videos mit euch geteilt habe sind ich würde nicht sagen ganz weg aber sind gut verpufft denn es hat sich viel getan tolle lehrkräfte tolles personal und die einen so toll auffangen und begleiten der wahnsinn also ich drücke allen leuten nur da draußen die daumen dass ihr auch richtigen weg findet die richtige schule findet und es ist immer wichtig zu gucken wo passt mein kind am besten rein und wo kann es am besten aufgefangen werden vielleicht auch noch ich habe wieder hier mein space zum arbeiten deshalb schreibt doch gerne eure video wünsche unten in die kommentare ich werde versuchen sie zu berücksichtigen natürlich muss ich erstmal gucken in welche richtung dieser kanal geht es steht aber eine wohnzimmer transformation aus und dazu packen wir jetzt gleich mal den tisch aus ich füge gerade alle sachen hier hinzu die ich gleich bei ikea wiederholen werde ich war schon zweimal bei ikea und habe das falsche eingekauft deswegen will ich jetzt hier auch sicher sein dass ich genau das richtige kaufe scharniere habe ich ja eigentlich das sind eins zwei da brauche ich vier stück ja so sieht es aus das machen wir jetzt mal fertig will wieder vermeiden zu viel zu wenig zu kaufen deswegen müssen wir das mal jetzt hier ausprobieren wenn hier die schublade beginnen würde weiß ich gar nicht man das dann hier ran machen kann dann haben wir ein zwei drei das passt so muss das sein von und dann war da so seine pokémon karten drin auf allerdings brauchen wir mehr platz habe ich gemerkt okay hier kommt noch eine schublade ran die schulsachen eigentlich okay ich habe hier einen kleinen struggle ich will diese zwei regale behalten und nur eine schublade darunter machen und dann eine riesige tür damit man all das nicht mehr sieht aber bitte hier ist ganz schön schmal da würde jetzt das nicht reinpassen das gedrückt und gequetscht rein alles das ist jetzt hier keine gute lösung weil ich nicht weiß was ich hier mitmachen soll wenn das offen bleibt glaube ich werde jetzt erstmal einen regalboden behalten zur sicherheit und eine schublade die würde dann bis hier gehen und dann eben die tür so wir haben hier seit ewigkeiten das hier auf mein plan war es große sachen da zu verstauen dazu bräuchte ich eigentlich nur so eine tür so eine front so und ich habe jetzt mir eine sache geholt und zwar für meinen schreibtisch das hier aber das wollte ich eigentlich gar nicht kaufen also müssen wir weitermachen jetzt kommen wir hier den ganzen laden noch her guck mal wie süß das hier aussieht mit dem hochbett das erinnert mich so an unser schnusshochbett auch lustig mit der wandfarbe das ist doch genau unser zimmer zum 1. oktober den ich so schön finde mit diesem regal da unten das hat doch auch was oder aber das passt jetzt natürlich bei uns gar nicht mehr rein weil wir ja jetzt die fronten haben aber so ungefähr so sieht halt unser schrank auch aus und ein bisschen schmaler die platz und ist gekommen und zwar stühle für das wohnzimmer es ist jetzt mittlerweile ein bisschen dunkler ich werde euch einfach die stühle stühle morgen bei tageslicht noch mit so einem henkel auch von ikea und hier haben jetzt erstmal alle pokémon sachen gesammelt weil das ja auch recht viel krims krams ist passt halt alles nicht in eine kiste deswegen haben wir das jetzt in eine schublade gepackt als nächstes kommt die front eigentlich wollte ich die front in weiß haben aber die ist aktuell ganz neu bei ikea und ich fand es irgendwie in kombination mit all dem ganzen den schrank kann ich euch ja noch mal im detail genauer wann anders zeigen aber ich fand das in kombination eigentlich ganz nett wenn das mal ein bisschen anders aussieht man würde meinen dass es die holzplatte ist so wie sie aussieht aber das ist nur aufgeklebt glaube ich aber ziemlich gut oder also man würde das jetzt nicht mal das ist nur eine holzspannplatte so drinnen und eigentlich steht da auch dieses ding drin wenn wir es einmal so ein bisschen abgebaut haben kommt es wieder hier rein dann steht es nicht im raum querbeet rum wir brauchten einfach einen eine große verstaufläche für so playmobil krims krims weil wir einfach ich schwenke mal rüber zu viel playmobil haben ach so guckt mal ein kleiner schwenker so sieht es aktuell hier aus hier entnommen aber es ist okay wenn der große das haben möchte dann darf er das ruhig für seine schulsachen benutzen der maler kommt jetzt ich muss hier dringend schnell aufräumen und die gardinen abhängen ich finde das zu dunkel hier immer noch und ich finde es ist kein beige das ist ein hellgrau ich bin ein hellgrau als nächstes zeige ich euch ein kleines die da braucht er so ein klebeband und verdichtungsband und leinwände das verdichtungsband könnt ihr je nach gusto an eure leinwand kleben und einfach mal so nach gefühl bisschen rumgeklebt probiert doch einfach mal aus ich habe hier einfach gerade linien genommen aber auch kurvige so halb ovale dinge herangeklebt und anschließend mit meiner tochter bemalt das hat ultra viel spaß gemacht flüssig ich muss erst mal mit der rolle hier und du machst dann mit dem pinsel komm mal jetzt gleich mal sitzen guck mal setz dich mal hier hin pinselst du hier den strich entlang ok 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 kann ich deine ärmel hochkrempeln richtig feste drücken und noch mehr farbe brauchst du schatzi das ist zu wenig farbe mama ich glaube wir brauchen eh zwei anstriche oder was sagst du ähm das gleiche da sind wir nun das ist das fertige wohnzimmer mit der neuen ecke ich bin unheimlich stolz darauf wie dieses zimmer am ende jetzt geworden ist es ist doch heller geworden als gedacht ich bin super happy mit der farbwahl und auch mit der kombination des tisches und ja wir haben einfach ultra viel platz geschaffen haben das licht genutzt und ich bin auch ganz happy mit meinen bildern an der wand so ich hoffe das video hat euch irgendwie auch gefallen ich stelle mal kurz die kamera und hat euch einen klitzekleinen einblick gegeben wie wie ich hier das alles neu sortiert habe in den letzten monaten ende august september und ein bisschen den oktober und als nächstes habe ich tatsächlich vor die andere hälfte des wohnzimmers noch mal aufzupacken auf zu freshen und da wo die kamera gerade steht das hier ist die kreative ecke meiner tochter die kriegt auch ein feinschliff und das werden wir diesen herbst angehen noch vor die weihnacht bevor die weihnachtszeit losgeht liebe leute weil dann geht es richtig rund mit advent kalender ich habe mir schon ein paar inspirationen rausgesucht aber ich bin ehrlich gesagt noch nicht so weit ich bin dieses jahr ziemlich langsam mit allem aber es kann auch schon mal vorkommen ich brauchte erst mal so ein bisschen kreative kreativen input und zeit für mich um mich mal neu zu sortieren ich mich aber zu krass ablenken lassen von allem und alles um mich herum freue ich mich umso mehr wenn ihr diesem video einen daumen nach oben gebt und auch weiterhin teil dieser community sein wollt und bitte vergesst nicht die abo glocke zu aktivieren denn nächste woche kommt schon das nächste video bis dahin tschüss